Hey und willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar werde ich bald ein Display aufmachen von Pokémon kommende Schicksale, schwarz und weiß. Ja, ich habe mir mal gedacht, Mensch, ich kenne so viele Leute, die Let's Plays machen und da würde ich einfach mal dazugehören. Let's Plays sag ich. Jetzt großartig mal hier so ein kommendes Schicksal-Display zu öffnen. Also hier auf der Vorderseite sehen wir Reshiram, auf der rechten Seite sehen wir Xergrom, auf der unteren Seite sehen wir nichts, auf der linken Seite sehen wir Regidius, auf der oberen Seite sehen wir Mewtwo und auf der Rückseite sehen wir nochmal alle Reshiram, Mewtwo, Legidigas und Seggrom. Das ist dann natürlich jedes mit Online-Code. Ja, sind 36 Buster dann enthalten. Aufmachen werde ich das Ding am 17. August, also tragt das für euch schon mal ein in eurem Terminkalender. Da habe ich nämlich auch Geburtstag und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache das einfach mal bei meinem Geburtstag auf. Ja, ähm, gut. Für weitere Informationen und Fragen einfach eine PN an mich senden. Ciao und ciao Leute. Ciao.